Der sogenannte Volksempfänger ist eines von vielen Exponaten in unserer neuen Ausstellung zur NS-Zeit. Wie viel mehr dahinter steckt und was noch alles mit dem Volksempfänger zusammenhängt und erklärt werden kann, soll ein kleines Beispiel verdeutlichen. Doch zunächst ist wichtig zu schauen, wie sich der Rundfunk in Deutschland entwickelt hat und an welcher Stelle der Volksempfänger ins Spiel kommt. Rundfunk als Massenmedium hatte seinen Anfang im Jahr 1917 und verbreitete sich in Deutschland eher schleppend. Nach dem Machtantritt des Hitler-Regimes kam es auch im Rundfunk wie in allen anderen Bereichen des öffentlichen Lebens im Zuge der Gleichschaltung zu einer Reihe an Entlassungen. Entlassen wurden vermeintlich jüdische, sozialdemokratische oder kommunistische Mitarbeiterinnen, letztendlich aber auch einfach unliebsame Mitarbeiterinnen. Schnell war dem NS-Regime das Potenzial des Rundfunks bewusst. Auch Goebbels war der Meinung, dass der Rundfunk das modernste Medium zur Volkslenkung wäre und dass der Rundfunk für das 20. Jahrhundert das werden würde, was die Presse für das 19. Jahrhundert war. Besonders reizvoll war dabei vermutlich eben der Gedanke, dass man bis ins Wohnzimmer der BürgerInnen vordringen konnte. Deswegen hatte die Reichsrundfunkgesellschaft das Ziel formuliert, dass jeder und jede Deutsche ein Rundfunkgerät besitzen sollte. Doch zurück zum Radio. Zunächst ist mir wichtig zu betonen, dass es aus der damaligen Zeit keine echten Aufnahmen gibt. Angebliche Aufnahmen, die im Internet zum Beispiel kursieren, sind meist Imitationen, die häufig aus dem rechten Milieu stammen. In unserem Fall sind es selbst zusammengeschnittene Schallplattenausnahmen aus der Zeit und keine Radioaufnahmen. Aber auch andere Quellen zum Rundfunk, wie das Buch Wir Beginnen das Wunschkonzert für die Wehrmacht, sind als Quellen quasi unverwendbar, weil sie häufig noch vor 1945 publiziert wurden und deswegen vor Propaganda nur so triefen. Inhaltlich sollte das Radio mit leichter Musik und einem geringen Redeanteil erfolgreich im Vermitteln von Propaganda sein. Das Ziel war, den Hörer erstmal an das Rundfunkgerät ranzulocken. Dadurch sollte die angestrebte, allumfassende Erreichbarkeit der Bevölkerung erreicht werden. Außerdem konnte auch dieser vermeintlich unpolitische Teil des Programms die Musik auf verschiedene Arten genutzt werden. So konnte sie zur Ablenkung, Umrahmung oder Entspannung genutzt werden, aber auch um ein Gemeinschaftsgefühl zu schaffen. Selbstverständlich war vorgegeben, welche Lieder gespielt werden durften. So sollten es vor allen Dingen alte deutsche Volksweisen sein. Doch die Kontrolle, welche Lieder gespielt werden durften, ging noch weiter. Welche KünstlerInnen überhaupt in Frage kamen, wurde von der eigens dafür geschaffenen Reichsmusikprüfstelle kontrolliert. Mit dem Nahen des Krieges konnte man im Rundfunk auch beobachten, wie noch stärker das NS-Regime in ein positives Licht gerückt wurde. Programme wie Kraft durch Freude oder das Winterhilfswerk wurden vermehrt gelobt und thematisiert. Außerdem wurde die Rolle des Rundfunks auch noch mal wichtiger, da die Bevölkerung nun nicht mehr nur aufnahmebereit gehalten werden sollte, sondern auch kriegsbereit. Diese Kriegsbereitschaft wurde unter anderem mit der Sendung Wunschkonzert für das Winterhilfswerk inszeniert, in dem sich HörerInnen vermeintlich Lieder wünschen durften, die dann gespielt wurden. Dieser Wunsch musste bezahlt werden mit einer Spende an das Winterhilfswerk. Das konnten Sachspenden oder Geldspenden sein. Das hört sich auf den ersten Blick nach einer wirklich tollen Idee an, weil den armen Menschen natürlich dann geholfen wird und andere Leute sich Musik wünschen können. Natürlich waren diese Musikwünsche aber keine echten Musikwünsche oder nur teilweise, sondern stark ausgewählt und zensiert und natürlich nur Lieder, die das NS-Regime verherrlichten. Außerdem wurden diese Spenden genommen, um eine Nähe unter der Bevölkerung zu inszenieren und diese kriegsbereit zu halten. Nach Beginn des Krieges gab es dann eine weitere Serie dieses Wunschkonzertes, nämlich das Wunschkonzert für die Wehrmacht. Das Prinzip blieb das gleiche, nur gingen die Spenden an die Wehrmacht und es kamen andere Komponenten dazu, wie zum Beispiel, dass Geburten von Soldatenkindern verkündet wurden und weiteres. Das wurde gezielt genutzt, um eine Nähe zwischen der Bevölkerung und den Soldaten herzustellen und das Gefühl zu haben, dass man eine große Gruppe ist. Der Volksempfänger ist Zeuge, dass die Propaganda des NS-Regimes allumgreifend war und bis ins Wohnzimmer vordran. Meiner Meinung nach ist es wichtig, sich immer wieder vor Augen zu führen, wie perfide die NS-Propaganda war, wie allgegenwärtig, wie sie alles durchdrungen hat. Selbst für die, die nicht offiziell verfolgt wurden.